Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Leech of Legends mit Shadow, mit Shiny Moon, mit Powerlocke und Xali Buran. Zu viert auf der lila Seite. Hallo. Oh, warte mal gucken, wie das läuft. Ich spiele jetzt mal Blitzkrieg. Ja, wie jetzt? Ja, wie. Live auf im Fernsehen, Computerfernsehen. Ja, Uli, 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 ich bin nicht dabei, das ist doch Kacke. Du bist Gastkommentator. Genau, Fnir, du bist Gastkommentator. Nee, ich bin komplett irgendwie dagegen und deswegen Kacke. Äh, okay. Ich habe ein Recht darauf, Kacke zu sein und meinen Kontext dagegen zu haben. Durchaus. Sagt mir, ich darf es nicht und ich sage dir, ähm, John F. Kennedy ist fix gestorben. Letztendlich werden meine Klingen einen Weg in dein Herz finden. Ah, schon wieder eine Klinge verloren. Die habe ich kommen sehen. Das ist Lulu? Oh, okay. User joined your channel. Die Vasallen sind erschienen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo. So lange hat es eben dauert. Hahaha. Okay, wir haben schon mal Olaf, das ist klar. Oh, kein Ambush. Oh, schade, das hätte, das wäre jetzt gut gewesen. Ich schätze mal im anderen Ambush. Nein, da, auf der anderen Seite. Der Stunt mich. Oder dich. Ach, Xali ist wieder da. Ja. Flucht. Aufpassen. Ah, schade. Jetzt stand er dich. Und jetzt kommt eine Axt. Mach die jetzt immer so weit. Okay, gut zu wissen. Xali, Xali, Xali. Ah. Warte. Oh, Mann. Oh, ja. Ah, fast tot. Oh, Mann. Der hier ganz schön. Ganz schön ist ein Nunther. Nein, so knapp. Hm, bei mir auch. Boah, das ist ja. Blechert sich ja hier perma. Ich glaube, wenn dir jetzt nur einer erwischt, der ist dann tot. Ja. Ich muss aufpassen, Mann. Ich kann gerade keinen mehr erzielen. Ich habe keinen Mana. Oh. Schlicht. Das ist echt. Juhu. Mana. Yeah. Mein Gott, Moment, Moment. Ich wurde auf den Desktop gehauen. Entschuldigung. Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das war gerade ungünstig. Keine Ahnung warum, aber... Oh. Irgendwie machen die immer wenig Schaden, kann das sein. Aber ich komme nicht in eine gute Position, sie hier zu locken. Wir halten uns hier unten ganz schön auf Ab. Mhm. Flucht. Jetzt kam der blöde Lachen dazwischen. Ja. 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 Da kann ich rüberhebeln, ne? Ja. Ja. Mit der Flasche. Wo der hin ist, hockt der am Busch, oder wo? Mit Sicherheit. Guck mal. Ja. 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 Die sind aber zu weit weg vom Turm. Geh mal weg. Das war mein letzter Heiltrang, verdammt. Hä? Die explodiert. Schön. Schönes Ding. Ich gehe lieber erstmal zurück. Ah, schade. Ich brauche, ich brauche, ich brauche die da. Ich gehe noch mal weg. Ich bin unterwegs. Ich gehe ein bisschen zurück, sonst kommt dieser böse Stein und macht dann diesen bösen Stun. Das ist ja noch der Ulti. Na, kommt nicht her. Da ist er. Ich krieg da gleich ein Pfeil rein. Der Ulti. Der Ulti. Der Ulti. Nein. Oh, lol. Okay. Juhu. Blitze. Ja, aber brauchst du noch, bis du da bist. Ich muss back. Ich bin unterwegs. Pass auf deine Ulti auf, wenn er dich nicht schon erwischt hat. Was ist denn die Axt? Ja, erwischt hat er mich natürlich aber. Ja, dann aufpassen. Dass er gleich schleudert. Dann bist du mich wahrscheinlich in Liebe. Wohl. Wird wahrscheinlich zu wenig Wanderer haben. Hä? Kannst du gleich? Kannst du gleich? Ja. Ich weiß nicht, ob denn das freut. Und jetzt mach ich so. Und jetzt mach ich so. Und jetzt mach ich so. Lechte Idee, Toni. Gute Idee Hm Schau mir nicht alleine vor Ich bin ja schon aufm Weg Ich kann noch nicht so schnell laufen Da ist wieder einer Da hinten? Da Schade, schade, schade Na Das war die Ulti Autsch Ja Ja Ui Langsam beim Laufen Ja Mensch Schaden ist ja schon ganz einnehmbar Ne Ach Verflucht Ja Ich Opfe mich gern für die Sache Gesundheit Ich bin mir leid, dass ich helfen konnte Kein Ding Mein Healer hat auch noch zählt, alter Hab ja auch was davon Nix Ich hab meine Ulti wieder Boah Ja Das war mir klar Ja Ich muss mal anlocken irgendwie Ja Gut Ich binh nie Ich muss mal die Ja Ja Das war's. Geht zum Zauber Boah haust du Schaden, das ist ja nicht mehr normal Der haut mehr Schaden Ja, aber der soll ja auch Schaden hauen Jetzt kriegst du eigentlich keinen Schaden hauen Na gut, du kannst uns doch spielen, oder? Ah, Mist, du... Und sind immer noch zwei... Leu, was sind die wohin? Ja, ist er nicht? Ne, der wird da dran sein Oder auch nicht Vielleicht sind sie einfach nur zurück Oder... nein Nein, da ist er Oh mein Gott Hm Och nein Ach nein Ah, da sind sie wieder Dreh eins Öhn Hm... Hol deine Axt, hol deine Axt Oh, jetzt ist sie schon weg Ich gerade schon noch entkommen Oh, Achtung Bei dir ist irgendwas Die Axt Das war doch Das war doch Das war doch... Oh, ich soll dich von dir machen Ja Bei uns ist auf jeden Fall ein SS Ja, und der hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen Und die... Und... Jetzt kommt von Lulu 1 SS Ganz ist schon längst bei uns Stieß bei Ulf, unten, okay Ihr war... Hat Mundo gekillt Und mich haben so auch fast noch erwischt, weil ich bin gerade noch weggekommen Aber es fehlt einer bei denen komplett Ich weiß wo er ist Nein, doch nicht Oh, Vorsicht Geh mal mit der Hilfe, weil die hat keine Probleme Ach du Ach du Oh oh Langsam Warte Ja... Nein! Oh, Scheiß-Ulti Wunderschön Naja, es lohnt sich nicht Erst wieder zurück Äh... Am Tower oben ist... Siegendwann Ich würd aufpassen, der kommt jetzt von oben Äh... Ich bin im Rennen Oh, langsam Und zurückgehebelt Und er hat nicht mehr... Oh, slasht er sich Ja Ach... So langsam mit der Ulti, denn er hat sich die Ulti reingeknallt Das Gift ist schon übel Blutrausch Terminiert Oh, Mann Wenscht hat er jetzt reingekriegt Verdammt, unser Turm ist down Fast Ich glaub, sein ist er auf Karten, muss sein Nee, der überlebt Renn, Blitzquink, renn Drecksviech! Geh weg! Ich schlag dich nieder Äh... Das ist jetzt Ulti ein... Ah, schade Ach, den erwisch ich nicht mehr Ein Verbündeter wurde getötet Der Gegner hat einen Turm zerstört Der Gegner hat einen Turm zerstört Naja... Da konnte ich viel machen jetzt Ich hab's noch gesagt Verflucht Ja, nach den Händen Dass der mich noch gesehen hat Mach mich grad am Turm geschaffen Ich hab's mir gelingt, ist die nächste Frage Mh... Zwei sind dort Jetzt Tringend Und Sion Aber ich glaub, das müsstest du sogar packen Ja, wenn die mit mal Nachhub kommen würden hier Ach, dann hinter dir ist Tringend Ja, 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 ja Oh nein! Es wäre befohlen Der ist gottgleich Euer Team hat einen Turm zerstört Ja, das war's Er war alles kaputt Ei, 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 ei Und dann? Dann sind wir alle traurig Ja, ja, ohli ohli Ja, ohli, ohli Schon bin ich ein Kamikaze In eurem Trenchcoat Und, ähm What the fuck? Ey komm schon Seid mal ein bisschen aktiver hier, ey, kann noch nie annehmen. Echt, ein Waffeleisen hat echt mehr Intuition als das, was hier gerade passiert. Nein, die ist schuldig. Und jetzt, ähm, sag nicht, dass Waffeleisen ist schuld. Nein, du bist schuld. Ja, das war ein schöner Reim. Verfluch. Und sicher. Ja, ich sehe das schon, in eurem Gedankengut irgendwie, ihr wollt jetzt sagen, so das Waffeleisen, das ist schuld, aber ist es nicht. Glaub mir. Dein Hielauf, nein. Naja, die kommt nicht mehr weg, jetzt kommt noch eine Kuh. Komm, sinkt, flink gegen, äh, Raketenangriff. Los, halt, dorsch, munter. Ich hab's noch verlangt, sein. Oh, hier haben wir schon wieder fast die Ulti getötet. Oh, und Lulu hat's abfangen. Oh, Alter. Nicht nur, dass ich mich jetzt noch mit meiner Ulti an den Minions schnell hochgehealt hab, hab ich ihn nur noch ganz schnell gefinigt. Der ist heute hin. Morgen. Nun, äh, der, wie heißt er? Olaf. Busch, oben, kaum zu gefährlich. Okay. Hab da was gefunden. Wat we? Tot. Tot. T, o, h. Ach, wo war'n das hin? Ich hab Looper? Na, ich brauch das ja auch unheimlich, ne? Den Fall. Er lebt schon wieder. Achtung singend Und richtown Eieieiei Eieieiei Diana die ist ganz schön, aber auch der Ezreal, den Rest den schaffen wir Ich glaube wenn wir jetzt alle ins spätere Spiel kommen dann müssten wir gewinnen Weil sie dann zu 14 und wieder 5 Wie einfach nen OP den Korpen Oh die machen Drachen Nein Ich hab Ah scheiße Hölfe mit gepullt Sind wir auf dem Weg zum Baron oder was? Ne Drachen Daneber Ja die ist gerade am Drachen Glocken Andereine Ein Bild von dem Indien Wo dann executed stand Olaff Genken Oh ja Oh nein In welcher Richtung Jetzt kommen Salah nur um eins zu töten Und dann kommt er mit der Ausrede so Das ist effizient Tod ist Tod Verdammt Ich bin nicht schnell genug Ich bin nicht schnell genug Fetzreal würde ich sagen Okay Boah ich kann ja bloß hinten bleiben und nicht helfen Ja die kommt zu stehen So und jetzt ab alle in die Mitte und dann Naja... Will pushen, der Olaf nix. Da kommt er. Ach, ich verfehl den mal. Jetzt habe ich einen Infinity Edge. Wo? Nein, überlebe. Ich werde auch überleben. Auch ich mal. Wir müssen uns eigentlich immer im Team bleiben. Wenn die jetzt... Ja, ich meine... Die werden sofort zerlegt. Mundo, kauft dir einen Dornpanzer für Ezreal. Äh... Dornpanzer oder Nadogowald zuerst? Dornpanzer lieber. Weil dann tötet er sich selber. Hast du Ezreal schon mal außer Gefecht gesetzt? Ja, dann gehe ich mal zurück. Ja, ich... Zwingen pusht rechts. Oha, aber ziemlich fett. Dornpanzer... Wo ist er denn? Da. Gählen 150... Gold. Nice. Gut. Kaput. Erstmal in der Mitte. Arme Lulu da. Oh, Sion das wieder drücken. Ja, du bist ein Lu... Okay, jetzt wissen wir es zumindest. Was, Olaf, wir sind viele. Wunderbar. Ja, gell? Danny. Ja? Ah, schön auf. Blitzcrank ist zu top. Wegen den Minions. Wegen den Minions. Ja. Oh ja. Sind sie zu fett da und da ist. Alter, wie viel ziehe ich denn in deinem Schlag ab? Okay, drei sind rum auf top und die geben sich aus. Meine Güte. Dringt durch. Ne, da müsst ihr drauf. Ne, da müsst ihr drauf. Ne, schreie, ne? Lass mein Tod nicht um... sonst. Irgendwie... Schön. Nice. Quartra, Quartra, Quartra. Komm, 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 ey. Diana sei doch nicht so. Gönn ihm das doch mal. Ah, schade. Ja. Ja. Ja, und alle viel tot. Das ist... das ist die Hauptsache. Nicht pushen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt real wiederkommen. Die leben so schnell, das verstehe ich gar nicht. Wieso leben die so schnell? Pffu. Ach mehr, Alter. Oh. Ist hier und das ist süße Stufe Level 8. Nein, ich muss weg, sterbe ich. Nein! Und tot. Das war das Gift. Nein! Ah! Gut, ich versuche wegzulaufen. Jawoll, und der Nächste. Ja, Warik sagt für uns alle, was wir nicht schon vorher wussten. Da müssen wir hin. Shiny, du bist tot. Jo. Mit Handel. Was? Ah, 10 Sekunden, dann lebe ich wieder. Ah! Ah! Hört sich wohl auf. Den Tower kann es nicht, denn der ist kaputt in der nächsten Woche wahrscheinlich auch klar. Ja, gut. Muss nicht unbedingt sein. Ich lebe wieder. Carly, rette uns! Jo. Blech dich! Blech dich! Ja, klar. Hat noch 7 Sekunden Apping Zeit. Ja. Also, Entschuldigung. Also, wirklich. Killer Hill Niggers. Ich warte immer noch auf die, ähm. Wo sind die Niggers? Hallo? Hä? Ja, wir sagen in Killer Hill Niggers. Und überall sind Niggers, aber nicht dort, wo man sie braucht. Also, wirklich. Das sind die Snickers. Los, renn, 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 renn. Ja, 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 ja. Das ist ja easy, ey. Das war gemein. Oh, sorry, das war mein Feuerball. Der war gut. Der war gut. Los, Jules, sind das. Ich hab's dran gezogen. Sorry. Jawohl. Jetzt hast du übrigens das Ding geklaut. Das ist wieder alles normal, oder? Guck mal, als hast du Stormfans und wenn dich jetzt von dem Ezreal hitten lässt, ne? Dann kriegt er selber jemanden Schaden. Ja. Oh, wie jetzt nicht geflasht. Hatte ich jetzt Ezreal noch geknallt? Nee, Lulu wurde in Ezreal noch erwischt. Achso. Ach, das ist da unten. Jawohl. Jawohl. Das war. Tipptopp, kann man nicht sagen. Tipptopp, Olle Hopp. Oh. Unser Blitcoin gefliegt ihn jetzt schon. Ah, vielleicht soll ich ihn los. Das ist ja auch geil. Ja. Deswegen wird er ja in Elo gebannt. Oh, ich hab ihn noch erwischt mit meiner Axt grad. Olaf pusht rechts. Geh mal hoch. Oh, Diana. Olaf Arsch, aber auch sowas von Arsch, also. Nice. Jawohl. Jawohl. Unterstützt mich. Ich bekomme grad von dem Tower. Auf die Mitte. Und in den Nibitor gleich mit dazu. Geh schon mal zum nächsten Nibitor. Ja. Ah, da kam die Ulti schon wieder. So, ich pack mich zurück. Oh oh. Olaf's gefällt mir überhaupt nicht. Oh oh. Ey, sorry. Kann nicht immer perfekt sein. Ich versuche es aber, ey. Ach komm, das ist so jetzt in Ernst, ey. Ne, ne. Das ist wie Jesus. Jesus kann auch nicht immer da sein, weißt du? Ich wollte ihn eigentlich bloß stoppen damit. Powerlocke. Ja, ich hab auch versucht, Jesus zu stoppen. Aber, hey, das hab ich echt, also. Ich mein, irgendwie, es war schon immer so ein, ähm. Oh, oh, jetzt kommen die anderen auch noch dazu. Dann mal übernimmt er den. Ja, genau. Es war immer wieder ne lustige Aktion irgendwie, Jesus zu stoppen. Aber, er hat sich immer gewehrt, das glaubst du nicht. Jesus, stopp's. Will er stopfen? Oh, hey. Ich will gar nicht wissen, mit was du ihn stoppen willst. Irgendwie hat der was dagegen gehabt. Frag mich nicht. Er wollte es an alles verteilen. So, Frozen Heart. Ja, das ist gut. Jetzt ist nur ein Stab des Erzengels. Ja. Blitzquank. So. Die macht auch, glaub ich, ne A. Dann hat er auch bissl AP und macht auch noch mehr Schaden. Ja, schön. Auf jeden Fall nicht auf Singed gehen. Immer auf Diana gehen, weil Singed ist der Tank. Den hab ich aus Versehen erwischt. Oh, nein. So, die härtesten sind schon mal nicht so hart, wie sie vorher waren. Ja, gell. Ja gut, ich hab Sornpanzer Naturgewalt. Naja, Diana. Wölf, 9. Ezra hat jetzt 13,7. Und Olof ist die Base, oder was? Jo. Naja. Dann klopp ich mal rechts, äh, bot runter, ne? Markel Olof irgendwie. Der hält als Einsichter die Klappe von den Gegnern. just damit. Ich kann doch immer die Feuerwehr wieder ziehen lassen. Oh Gott. Bein herzlich gesteilt, ey, das Mais nicht. Dum, di dum, di dum. Dum, di dum, di dum. Los Minions, vor. Minions, vor. Noch ein Tor. er leidt er Prozent wird noch passend warum mehr machen sie nicht machen aber weiter alle weg von der Woche und hier genug geschehen jetzt haben sie bei mir gerade aufgegeben weil wir dachten wir haben gewonnen wir haben gewonnen und auch hier gegeben bis zum nächsten Mal ciao